Guten Morgen, das ist Oliver Huck, Kommentator für TNTV, das ist der heutige Fernsehkanal. Er wird unseren Match jetzt oben live kommentieren und braucht noch die letzten Informationen für das Team. Jetzt ist es 11 Uhr, noch ein kurzes Aufwärmen am Strand, damit man sich ein bisschen lockert und ein bisschen auslaufen oder besser gesagt einlaufen für hier oben. Muskeln vorbereiten, damit wir hier oben bereit sind. Ich bin Lisa Schirinzi, Tochter von Andrea Schirinzi. Natürlich freue ich mich mega fest auf zu spielen und hoffe natürlich, dass die Schweizer Bünd viel glücklicher wird. Musik Hier habe ich Bier, das war schon lange in der Tiste. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Wir sind einfach zu nervös, wir haben nicht gespielt, es ist einfach nicht gespielt worden. Und plötzlich haben wir den Kopf verloren nach ein paar Minuten und haben nichts wie nie gespielt. Und die anderen haben es gut gemacht, die haben Gas gegeben. Schwierig, die haben das Heimpublikum gehabt und haben Gas gegeben, aber wir haben nicht gewonnen. Tipptopp, rein gewonnen.